zu gewinnen, das war schon mal ein ordentlicher Sprung von 20.000 Dollar, die will man natürlich mitnehmen für ein Best of Seven, sag mal nicht Nein zu, wir gehen in die Partie. Wir gehen in die Partie, es ist Zeit den zweiten Finalisten herauszufinden, denjenigen, der auf G2 treffen wird und G2, joa, ähm, boah, Allusion legt hier direkt los, 1 zu 0, 14 Sekunden. Schnell in die Partie, Ghostgaming macht es direkt, Allusion nach dem Pass von Atomic, da ist Nummer zwei Verleidiger dran, können allerdings den Ball auch nicht mehr aus dem eigenen Tor rausbringen. Das ging schnell und Ghostgaming kann schnell, das haben sie vorher schon gezeigt am heutigen Abend und ich war gerade dabei über G2 zu sprechen, dass die mich heute ja nicht ganz so überzeugt haben von der Leistung wie noch am Montag, wo ich ja davon geschwärmt habe, dass sie die Götter auf dem Feld aussahen. Versteht mich nicht falsch, es war trotzdem Rocket League auf allerhöchstem Niveau und das ist jetzt auch ein Tor auf allerhöchstem Niveau. Arsenal, der wartet bis zum letzten Moment, um den Ball da rein zu cutten und gleicht aus. Das war nicht ganz 14 Sekunden, ah, das waren sogar weniger, ich hab gelogen. 13 Sekunden für Arsenal, der schafft es schneller, dribbelt hier im 101 gegen den Keeper, kann sich durchsetzen, Ausgleich nach etwas über 30 Sekunden. Ja, also es geht direkt heiß her in der vorletzten Partie der nordamerikanischen RLCS-Saison. Router Clear, weit rüber in die orangene Spielfeldhälfte, hochgelupft von AXB Illusion. Versucht da jemanden zu finden, findet aber nur Arsenal, der hat aber die falsche Farbe. Ah, Zyppical kommt früher als Atomic an die Kugel ran. Jetzt muss Illusion von der Torlinie runter. AXB hält erstmal den Druck auf, misst mit einem guten Double-Tap an der Seitenwand. Kriegt einen weiten Clear in die orange Spielfeldhälfte. Atomic kommt dann nicht mal an die Kugel ran. Arsenal versucht durchzustoßen. Jetzt der Pass von Zyppical auf AXB, der wird wieder abgewehrt in Richtung Ecke. Und wieder über die Mittellinie gelupft von Atomic, der versucht hier vorzulegen für Mist. Ein bisschen optimistisch, da war der nicht schnell genug dran. Aber beide Mannschaften arbeiten hier mit Hochdruck an Chancen-Produktion. Es geht heiß her hier auf DFH-Stadium. Ja, Chancen über Chancen sehen wir hier am laufenden Band. Und Illusion nimmt sich die Zeit, die er hat, obwohl er geht da drauf, pusht. Es hätte natürlich auch böse ausgehen können. Atomic auf Illusion! Das war gut, Illusion! Das war auch gut von ihm. Denn Atomic serviert eben den Ball auf dem Silbertablett. Nimmt den Ball von Zyppical an. Und Illusion versenkt das Ganze. Ghost Gaming führt. Das tun sie in der Tat. Und wieder einmal die Teamplays, die wir ja vorhin schon so angepriesen haben. Sie funktionieren einfach weiterhin. Und sie kommen einfach weiterhin von Ghost Gaming hier auf das Feld. Vorgelegt auf Mist von Illusion. Der versucht hier in Double Tap zu landen. Ein Dunk gegen Arsenal. Kriegt ihn nicht ganz durch. Und jetzt AXB. Kommt nicht an Illusion vorbei. Zyppical. Nachversuch. Fliegt an Mist vorbei. Hat die Kugel versucht, den Ground Pinch. Aber nicht genug Geschwindigkeit. Arsenal. Lässt sich ein bisschen zu viel Zeit. Atomic. AXB jetzt. An der Seitenwand. Luftt die Kugel hoch. Zyppical. Kommt vor Illusion dran. Aber kommt nicht an ihm vorbei. Arsenal wieder hält den Ball in der Ecke. Erstmal auf Ballkontrolle spielen. Ghost ist sehr gefährlich im Sechzehner. Mist kriegt den Rebound. Wird aber geblockt von AXB, der da gut rausgekommen ist. In Play. Rechtzeitig gelesen hat. Und das ist ein Breakaway. Der wird nicht ganz aufs Ziel gehen. Mist spielt das langsam und cool. Lässt den Ball. Atomic. Der versucht Evolution zu spielen. Zyppical geht dazwischen. Mist auf Atomic. Der kriegt den Ball an die Decke. Da ist aber AXB zu Gange. Man versucht also weiterhin auf beiden Seiten sich hier Chancen zu erspielen. Aber ebenfalls auf beiden Seiten ist man schnell dabei, Plays zu lesen und rechtzeitig darauf zu reagieren. Ja, und genau deswegen sehen wir hier viele Spielanteile im Mittelfeld. Beide Teams wollen es nur nach vorne spielen verteidigen, aber auch recht früh. Und wollen... Oh, Zyppical, Zyppical! Mit 3-4-Touch! Springt dann der Kugel vorbei! Mist hebel die Öben! Wieder noch raus! Was für eine Zerteidigungstat von Mist! Wahnsinn, dass der nicht drin war! Da lag der locker zwei Sekunden auf der Linie und keiner wollte ihn rüberdrücken. Arsenal mit der Chance die Demo! Aber Mist, passt wieder auf! Nochmal die Chance für AXB! Er wird Schuss und er ist drin! Space Station gleicht aus! 2 zu 2! Ja, AXB macht jetzt den Treffer, den er vorhin eigentlich schon hätte machen können, wo er am Ball vorbeigedonnert ist, aber Zyppical hebelt ihn wunderbar an der Ecke mittels der Rampe raus und Lucian und Atomic versuchen da reinzuspringen, aber Lucian landet zu tief im Kasten. 2 zu 2 Ausgleich! Space Station Gaming zieht hier auf ein Level mit Ghost. Und es ist eine spannende Partie von der ersten Sekunde an. Atomic geht auf die Demo! Oh, der Ball ist vorm Tor, aber Zyppical und Arsenal kommen rechtzeitig ran. AXB spawnen da fällt auch nochmal den Ball rein, das hätte nochmal gefährlich werden können. Allerdings gut geklärt von Space Station Gaming. Fahnsinnig. Nimmt die Zeit, die er hat. Ja, pusht er nachher noch in den Gegner rein. Ball wieder weg, auf Seite von Ghost Gaming. Aber Atomic spielt auch wieder zurück. Ja, beide Teams ohne Anspielstation wollen sich selbst erst wieder hinten aufstellen. Boost Reserve ein bisschen auftanken, einfach nur Zeit kaufen. Jupp, 25 Sekunden haben wir noch, dann geht's nie Overtime, wenn hier nichts passiert. Atomic wehrt hier nochmal ab. Noch ein Schuss von Zyppical, den lupft Mist in die Ecke. AXB überlässt den Ball Arsenal, da kam ganz klar ein Call von ihm. Ghost muss jetzt aufpassen, weil Space Station platziert sich sehr gut gerade für eine Offensive. Wir müssen aufpassen, nicht zu früh für die Bälle rauszugehen und den Kasten offen zu lassen. Der Tommi kommt durch, Mist ist ganz vorne, will den Ball hier annehmen, knallt ihn nicht mal an den Pfosten. Denn der Ball, der rollt auf dem Boden, während die Uhr Null schlägt. Und damit geht's in die Overtime im ersten Spiel des zweiten Halbfinales. Ja, Spiel Nummer eins und direkt die Overtime. Das zeigt natürlich, auf welchem Level wir uns hier bewegen. Ein Spiel auf Augenhöhe im Halbfinale der NA Regional Championship. Mist geht in Flammen auf. Arsenal versucht hier an der Ecke Ballkontrolle zu beweisen. Kriegt den Ball rüber gespielt. Atomic früh in der Luft, um da dazwischen zu gehen. Versucht den Pass auf Mist loszukriegen. Gut mitgedacht von Zyppical. Atomic lupft über Arsenal. Nicht ganz über. Arsenal kommt gerade noch so ran. Und das ist wichtig, denn der wäre reingegangen. Und es geht weiterhin hin und her auf dem Spielfeld. Arsenal killt den Ball direkt auf der Torlinie. Aber da hat Mist wieder einmal gut mitgespielt. Und den haben wir ja vorhin schon gelobt. Als Unterschiedsspieler für Ghost am heutigen Tage. Hat durch seine individuelle Klasse überzeugt. Und tut das bisher auch weiterhin. Winkelschuss von Zyppical an den Pfosten. Nachschuss von Arsenal findet das Ziel nicht. Und Mist mit dem Clear. Und der wird Ghost Gaming gut tun. Da war ganz viel Druck von Space Station in wenig Zeit. Jeder Schuss ist drin. Und der ist drin. Space Station schnappt sich. Die Overtime. Und das erste Spiel. Ja, der fuhr auch schon Mist. Mist kauft zur zweiten Zeit, weil er keinen Boost mehr hat. Aber genau deswegen kommt er den Clear nicht weiter raus. Aber seine eigene Defensive steht mit dem Rücken zum Ball. Dadurch Space Station die Möglichkeit, das Tor zu machen. Und sie machen es auch. Space Station nimmt Spiel Nummer 1 mit. Das war aber eine recht, recht knappe Kiste. Auf beiden Seiten. Also, ich erwarte eine Serie, die locker mal in ein Spiel sieben gehen kann. Wenn die weiteren Spiele so laufen, wie sie bisher gelaufen sind. Auch statistisch gesehen. Denn ja, Space Station hat sich am Ende durch diese heftige Druckphase noch mal ein paar Zahlen hinzugefügt auf die persönliche Tabelle. Ja, aber Space Station nur zwei Saves. Ghost Gaming dafür sechs. Auch interessante Stats. Da ist natürlich die Frage, wo die ganzen Schwarz hingegangen sind. Wahrscheinlich Aluminium große Rolle gespielt. Naja, also ich meine, Space Station hat ja vorhin die eine riesige Chance liegen lassen, wo der Ball quasi ein paar Sekündchen auf der Torlinie getanzt hat. Oh ja. Aber dann am Ende hat man sich in die Overtime gekrallt. Ghost Gaming macht es ihnen aber definitiv nicht einfach. Es ist eine Partie, du hast es schon erwähnt, auf Augenhöhe. Und die weiteren Spiele, die könnten in jede Richtung ausbrechen. Es sei denn, eine der Mannschaften findet jetzt ihr geheimes Energiereservoir, das sie jetzt anzapfen können und damit mal zeigen können, was sie drauf haben. So sieht es aus, wie du schon gesagt hattest. Game 7 ist auf jeden Fall denkbar. Bei dem Spiel, was wir gerade gesehen haben, da wird sich nichts geschenkt, außer vielleicht der eine Ball, der zur Sekunde auf der Linie liegt. Aber sonst wird sich absolut nichts geschenkt. Und das werden wir bestimmt auch in den nächsten Partien sehen. Ja, ist ja bald Ostern. Das war das Ostergeschenk von Space Station Gaming. Den da nicht reinzumachen. Also, Spiel Nummer 2. Es ist angerichtet, es läuft, es dampft, uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir wollen reinhauen und das wollen auch Ghost Gaming und Space Station Gaming. Illusion setzt sich da gut durch. Sipicle, letzte Station vor dem Kasten. Mist, am Werkbord. Demo auf AXB, der sich in Schusspositionen bereitgestellt hatte. Illusion mit einem wunderschönen Pinch. Gewinnt sehr viel Raum mit diesem Clear. Arsenal, da kommt einfach über den Mist drüber. Atomic wird auch noch gerade mal mitgesnackt. Aber Mist versucht hier, Illusion zu finden. Wieder schön mitgedacht von Arsenal. AXB lupft den drüber. Atomic mit dem Pinch gegen die Latte. Wirft einen riesigen Keil in die Pläne von Space Station Gaming an. Und das hatten die nicht erwartet. Gut gespielt. Ja, wunderbar. Und Ghost Gaming auch den wieder im Angriff. Atomic, eine Riesenchance. Illusion geht in den Pfosten und im Nachgang macht er ihn. Ghost Gaming geht in Führung durch Illusion. Ja, man hat zwei Outläufe gebraucht, aber dann hat es eben gesessen. Tomic stört da konsequent Arsenal. Und dann kommt Illusion und quetscht ihn quasi am Pfosten vorbei in den Kasten rein. Und Ghost Gaming geht erneut in Führung, wie schon in Spiel Nummer 1. Das hat ihn dann am Ende wenig gebracht. Ja, außer eben eine Overtime. Atomic vom Kickoff aus. Ja, lässt sich ein bisschen zu viel Zeit. Hat aber auch nicht wirklich viel Boost im Tank, um da noch mehr draus zu machen. Jetzt Arsenal mit der Chance. Oh, der wartet! Und das war's wunderbar. Zusammen mit Zipickel bringt er den Ball über die Linie. Wir schauen nochmal drauf. Arsenal nimmt den Ball da hoch. Ceiling. Und geht unter den Verteidiger. Nimmt nicht den Reset früh, sondern spannert sich bis zum Ende auf. Und Zipickel hält da irgendwie noch einen Aufstieg mit rein. Verscheuert den Ball nochmal. Aber Hauptsache, die Kugel ist drin, ne? Ja, ja, klar. Natürlich. Ich wundere mich nur gerade, weil ich habe gar nicht gesehen, wie Zipickel den Ball da berührt hat. Aber er will's ja wohl gemacht haben. Das Spiel lügt schließlich nicht. Das war aber trotzdem wunderbar gespielt von Arsenal. Und Zipickel, ja. Guter Versuch. Mist. Kommt da noch ran. AXP wieder in den Strafraum rein. Rausgekleert von Illusion. Zipickel ohne Boost spielt ihn an der Seitenwand ab. Ein Double Commit von Ghost Gaming, aber ohne weitere Folgen. Illusion spielt ihn ein bisschen zu weit nach vorne. Atomic muss da abdrehen. Mist. Springt vorbei. Das wird gefährlich, ja. AXP wartet da auf den Clear von Mist. Illusion versucht hier vom Bergball so viel Raum wie möglich zu gewinnen, während Mist respawnt nach einer Demo. Wir nähern uns jeder Halbzeit und es ist weiterhin ausgeglichen. Eins zu eins. Es bleibt eine Partie auf gleichem Niveau. Illusion gewinnt den wichtigen 50 im Mittelfeld. Und rein das Ding. Tja, wunderbar. Erst spielt er ihn rüber zum Mist. Landet unten. Und bekommt den Ball auf dem Motorbo serviert. Kann direkt wieder eintüten. Ghost Gaming führt zwei zu allen zur Halbzeit. Wunderschönes Passing Play, Ghost Gaming, die hauen hier ein wunderschönes Tor nach dem anderen raus am heutigen Abend. Aber auch Space Station Gaming spielen hier Rocket League der Extraklasse. Und genau das wird es auch brauchen, um hier am Ende die Krone mitzunehmen als nordamerikanischer Meister. Also, Ghost Gaming wieder mit einem Tor in Führung. AXP heilt sich den Booster gut ein. Er hält den Ball in der gegnerischen Hälfte. Pass auf Sypical wird abgefangen und Mist mit dem Klee über die linke Flanke. Mist schmeißt sich da hinein. Atomic rückt ein bisschen zu weit vor. Muss jetzt umdrehen. Wird weggebampt von Sypical, der den Ball souverän an sich nimmt. Aber Lucian geht dazwischen. Er kriegt die Berührung auf den Ball aber nicht mehr. Das ist ein bisschen Mittelfeldgeplänkel. Oh, der Ball kommt gefährlich. Sypical. Aber Atomic noch dazwischen und Mist verhindert den Winkelversuch von Arsenal. Jetzt Atomic. Der ist in einer guten Position. Kriegt den Ball hoch. Mist geht ein bisschen früher hoch. Lucian rückt zu weit vor. Und da kullert der Ball einfach übers Feld rein. Ghost Gaming ein bisschen zu heiß auf dieses Tor. Ja, absolut. Vor allem, sie haben die Führung. Sie haben keinen Grund hinzugehen. Es gibt keinen Grund, hinten das Tor offen zu lassen. Und Eric Speed schleicht den Ball mit 34 Meilen pro Stunde ins gegnerische Tor. Kriegt den Ausgleich 1,20 vor Spielende. Aber absolut geschenkt. Ja. Das ist in der Tat der Fall. Wir haben vorhin darüber geredet, wie wenig Fehler wir Ghost Gaming haben machen sehen. Aber das war ein ziemlich dicker. Der ihnen die Führung aus den Händen nutzt. Eine Minute haben wir noch auf der Uhr. Und es ist wieder einmal ausgeglichen. Ganz wie in Spiel Nr. 1. Da hatten wir zu dem Zeitpunkt auch Gleichstand auf dem Brett. Und da sind wir in die Overtime gegangen. Schauen wir mal, ob es diesmal auch der Fall sein wird. Arsenal legt hier gut vor. Ran ans Backboard. Atomic. Mist ist gefragt. Hat jetzt ein bisschen Platz an der Seitenwand. Atomic spielt den rüber in die Ecke. Mist folgt da wieder hinterher. Gut abgesprochen zwischen den beiden. Atomic geht wieder dazwischen. Rebound von der Decke. Mist wartet schon in der Ecke, wo der Ball hingeclirt wird. Und Ghost Gaming macht nochmal Druck auf die letzten 20 Sekunden. Da müssen sie jetzt aber aufpassen. Mist nimmt den Ball souverän an. Macht das Spiel langsam. Nimmt den Schwung aus dem Spiel von Space Station Gaming. Und jetzt sind hier wieder die letzten Sekunden. Atomic kommt da nicht rechtzeitig zum Contest. Ist der Beglück? Kriegt er den Ball nochmal in eine gefährliche Position? Und ne. Da kommt keiner mehr ran. Overtime. In Spiel Nummer 2. Genau selber Stand. 2 zu 2. Auf geht's. Und wieder ist es die Overtime. Wieder wird das Golden Goal entscheiden. Wer die Möpfel hinter Hause nehmen wird. Arsenal kriegt den Ball. Suppe Kill nochmal geblasht. Der wird gebannt. Und er ist drin. Frühes Tor in der Overtime. Noch 11 Sekunden macht es bereits Suppe Kill. Und Space Station geht mit 2 zu 0 in Führung. Zweimal Overtime. Zweimal Space Station. Am Ende souverän der Sieger. Und da war der Kasten einfach zu offen von Ghost Gaming. Das haben die Space Station zu leicht gemacht. Und fallen deswegen 0 zu 2 zurück in dieser Serie. Ja, natürlich Bump Play dabei gewesen. Allerdings so offen darf es nicht sein. Und es sind nämlich ein bisschen an das zweite Tor von Space Station. Was auch durch ein Opennet verursacht wurde. Ghost Gaming da auch einfach zu aggressiv gewesen. Hätten die Series halt auch, bisschen das Game halt auch auf ihrem Konto haben können. Aber so nimmt es halt Space Station mit. Die hätten beide Spiele auf ihrem Konto haben können. In einem Geschenken Gaul unangenehm, ne? Ja. Klappe zu, aber unangenehm. So sieht es aus. Das aber nur in Spiel Nummer 2. Und so knapp wie diese Partien bisher waren, kann das wirklich noch in beide Richtungen gehen. Ghost Gaming natürlich ein bisschen unglücklich, beziehungsweise, joa, fahrlässig. Sie hätten das Spiel mitnehmen können. Hätten sie bei diesem einen 2 zu 2 nicht so hart drauf geprescht. Und, joa, kleine Absprachefehler, die dazu geführt haben, dass zwei Leute gleichzeitig auf den Ball gegangen sind, den keiner von beiden hätte kriegen können. Und damit das komplette Tor offen gelassen haben für einen Kullerer übers gesamte Feld. Ähm, da müssen sie sich selber so ein bisschen in den Hintern beißen. Aber, ja, noch ist nichts verloren. Es ist ein Best-of-Seven. Space Station sitzt hier aber natürlich mit einem schönen Vorteil, über den sie sich sehr freuen werden. Yes, worüber wir uns nicht freuen, ist die Amelium Clean Feet. Da steht ja wieder Connection Your Shoes. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen warten, bis irgendwo das Internet-Gefixt wurde. Aber dann geht es auch direkt weiter. Aber die Pause kann Ghost Gaming jetzt gut nutzen, um sich von dem Schock zu erholen, das Spiel ja doch noch abgegeben zu haben. Denn, äh, es hätte gut der Ausgleich sein können, das wäre wichtig gewesen für Ghost. Und jetzt liegen sie mit zwei Spielen schon hinten gegen ein sehr starkes Space Station. Okay, eigentlich, ähm, Partie auf Augenhöhe, aber auf dem Blatt Papier ist Space Station deutlich stärker. Ja, ich meine, es hat zwei Overtimes gebraucht. Eines kann man sagen, Space Station hat mit Overtimes wohl ein bisschen mehr am Hut als Ghost, weil die haben sie beide souverän gewonnen. Gut, die zweite, die war ziemlich flink. Die erste hat sich ein bisschen länger hingezogen, da waren es dann, glaube ich, knapp zwei Minuten. Aber auch da Space Station am Ende diejenigen, die die Nase vorne hatten. Von daher, ja, wenn man Ghost ist, muss man so langsam zur Realisierung kommen. Wir sollten es nicht auf Overtime ankommen lassen. Wenn wir mal eine Führung haben, dann dürfen wir die nicht so leichtfertig hergeben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir bei all dem Angriff und all dem schönen Teamplay auch mal dafür sorgen, dass hinten bei uns der Kasten dicht gemacht wird. Weil, äh, ja, in beiden Spielen hatte Ghost Gaming die Führung und hat sie dann quasi vergeben. Ja, so sieht es aus. Und, äh, Führungen halten zu können, gehört natürlich auch zur Qualifikation dazu, um hier ganz oben mitzuspielen. Da, da muss man natürlich auch mit umgehen können. Ähm, natürlich eine ganz andere Situation als, äh, einem Spielstunde herzufahren. Aber ja, so ist es nun mal, ne? Gerade, ne, das zweite Tor von Space Station eben abgeschenkt. Das Overtime-Tor auch, äh, recht offen gewesen. Hätte man auch besser verteidigen müssen, da an Seiten von Ghost Gaming. Von daher haben sich das ein bisschen selber zuzuschreiben. Ja. Das haben sie aber. Der Braten ist noch nicht gegessen. Der Affe fühlt sich noch relativ angenehm, ähm, in dieser Partie, in dieser Begegnung. Aber das kann sich ja, äh, relativ bald ändern. Denn wenn Space Station Gaming das nächste Spiel gewinnt, dann muss Ghost Gaming plötzlich reverse und dann wird's dann doch, äh, relativ unangenehm für den, äh, äh, ja, äh, werten Menschenvorfahren. Von daher, jetzt muss Ghost Gaming langsam mal in die Puppen kommen. Wir haben sie, äh, gelobt, beziehungsweise ich hab sie gelobt, äh, sehr viel. Ähm, und, äh, zu Recht, wie ich, äh, behaupten möchte. Aber, ja, die Fehler müssen raus. Ähm, es kommen mehr Fehler, die haben wir vorher nicht gesehen. Jetzt kommen sie langsam wieder rein. Vielleicht ist es der Druck. Sie haben's wahrscheinlich auch selber nicht erwartet hier im Halbfinale gegen den, äh, erstplatzierten, um, äh, ja, äh, um das Recht gegen G2 anzutreten, äh, äh, zu spielen. Und deswegen, vielleicht sind auch so ein bisschen die Nerven mit von der Partie. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oder sie haben in den vorherigen Spielen einfach ein bisschen überperformt. Und das, äh, ist jetzt quasi die nächste Konjunktur. Aber wir werden's herausfinden. Denn es gibt noch mindestens zwei Spiele zu spielen in dieser Serie. Und das dritte Dera ist uns vorgetischt. Jetzt, Spiel Nr. 3, wenn Space Station das gewinnen sollte, gäbe es vier Matchball-Spiele an der Zahl für Space Station. Das ist eine grandiose Situation für die Jungs geben würde. Allerdings hat Ghost Game natürlich noch mal einiges mitzureden. Aber XB auch! Hui! Sie war 1 zu 0, 30 Sekunden! Und diesmal ist es Space Station, die zuerst in Führung gehen. Und Cypical spielt den Ball hier wunderbar an der linken Flanke durch, legt ihn auf XB drauf. Alusion kommt noch mit der Motorhaube an die Pille, aber kann sie nicht mehr vom Kasten fernhalten. 1 zu 0 Space Station, 30 Sekunden hat's gedauert. Ja, und das frühe Tor für Space Station bringt die Jungs wieder in eine komfortable Situation. XB war auch weiter wieder vorne am Drücker, wollen direkt aufs nächste Tor heranarbeiten. Mist, über die Mittellinie folgt der Kugel. Arsenal vom Backboard, XB ist bereit. Schöner Ball, muss gesaved werden von Allusion. Cypical legt den quer auf XB! Atomic geht gerade noch so dazwischen, aber Space Station hat jetzt mal den nächsten Gang eingelegt. Und drückt aber mal richtig auf die Pedale. Man muss aufpassen hier bei Ghost Gaming. Sich die Partie nicht früh aus den Fugen geraten zu lassen. Gutes Schüchchen von Atomic geht auf den Bump auf Cypical, aber der hatte den Ballkontakt schon abgeschlossen. XB jongliert unter der Decke. Cypical nach vorne, Mist. Weiter Clear. Geht da hinterher, kriegt den Ball vom Backboard runter. Lucian und Atomic beide in einer guten Position, hochgelupft. Aber muss jetzt zurück rotieren und da ist die Demo auf Allusion! Und Mist kommt von der Seite noch gerade so ran, um hier das 2 zu 0 zu verhindern. Space Station fangen an, richtig zu drücken. Ja, Space Station am Drückhau. Das 1 zu 0 reicht den Jungs nicht. Die wollen das 2 zu 0 haben. Die wollen die Comfort haben. Aber Atomic! Atomic macht den Ausgleich! Space Station so viel Druck gehabt. Ein Gegenschlag von Ghost und das Ding ist sofort drin. Ja, hat den 50 gewonnen und dem Ball dann sehr, sehr gut gefolgt. Arsenal hat früh realisiert, was abgeht. Konnte aber trotzdem nicht rechtzeitig zurückkommen. Ghost Gaming gleicht hier. Also aus, 1 zu 1. Und es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen beiden Mannschaften. Wir haben noch keine Führung gesehen, wie über zwei Tore geht. Abgeblockt von Atomic. Arsenal wartet am Backboard. Will hier Mist stören. Kriegt das nicht rechtzeitig hin. Arsenal spielt den langsamen und überrascht Illusion damit und Space Station in Führung. Und direkt hier die Antwort von Space Station. Arsenal nimmt sich alle Zeit der Welt, spielt ihn langsamer. Illusion hat damit einen harten Shot gegen das Backboard gerechnet. Der kann man dann links nicht. Und das zugunsten zu Space Station Gaming. Ich muss mal also Space Station diejenigen, die vorlegen. Bisher war es immer Ghost Gaming, die dann eine Führung vergeben haben. Aber sich eben auch erspielt haben. Wir waren von der Ecke. AXB früh oben. Mist. Ja, Sipickel kommt da dran. Kriegt ihn an die Decke. AXB spielt schnell nach vorne. Den wird Arsenal haben. Spielt ihn in die Mitte. Da ist Sipickel. Schuss aufs Tor. Illusion. Rüber in die Ecke. AXB hält den Ball für einen Moment heiß. Knallt in Atomic hinein. Mist versucht rauszulupfen. Nimmt die Kugel an. Illusion hält sich in der Mitte bereit. Aber da wird früh dazwischen gegangen. Demo auf Sipickel. Die Kugel vor dem Kasten. Wird geklärt in die Ecke. Von Ghost Gaming. Double Commit. Sipickel und AXB. Das ist jetzt die Chance für Ghost Gaming einen Konter zu starten. Guter Clear. Von AXB. Sehr viel Raum gewonnen. Vom Backboard aus. Ghost Gaming in der Bringschuld. Abpraller von der Decke. Sipickel rüber an Arsenal. AXB gegen Illusion. Illusion stört AXB zumindest. Die Zeit läuft langsam aus für Ghost Gaming. Ist schon eine Weile her, seit wir Offensivaktion gesehen haben. Atomic lupft ihn ein bisschen hoch. Mist versucht sich in der Ecke durchzusetzen. AXB kommt an ihn vorbei. Jetzt Illusion. Ohne Boost. Spielt ihn quer. Mist in der anderen Ecke. AXB ist dazwischen gekommen. Der Rebound ein bisschen weiter als Mist den erwartet hatte. Leere Tanks bei Ghost Gaming. Die müssen jetzt auf den Konter von Space Station aufpassen. Und der versucht zu bump. Da von Arsenal. Führt allerdings zu keinem Erfolg. AXB hält trotzdem weiter den Ball vorne. Arsenal wieder hinterher. Und Space Station bleibt weiterhin offensiv aktiv. Ganz nach dem Motto. Angriffspiel zur Verteidigung. Wenn der Ball nicht hinten ist, kann der auch nicht hinten reingehen. Allerdings sind die Dämonos natürlich dafür anfälliger für Konter. Und das ist eine der Chancen, wie Ghost Gaming hier nochmal zurück in die Partie finden kann. Da muss der Konter jetzt aber langsam mal kommen, weil es sind nur noch 25 Sekunden auf der Spieluhr. Der Pass auf Atomic, den hatte man sehr einfach sehen können. Der wird also auch unterbunden. Es fehlt so ein bisschen die Kreativität im Teamplay von Ghost Gaming. Zehn Sekunden sind noch auf der Uhr. Kriegen sie nochmal einen letzten Angriff gefahren? Es dürfte jetzt die letzte Vorwärtsbewegung sein, die Atomic da in die Wege leitet. Endet bei AXB. Der Ball ist immer noch oben. Uhr ist auf 0. Und alles, was Space Station jetzt machen muss, ist den Ball auf den Boden prallen lassen. Und da ist es! Space Station Gaming 3 zu 0 über Ghost Gaming. Und das ist jetzt der Matchpoint. Und vier Matchpoints hintereinander für Space Station Gaming. Und Ghost kommen ins Schwitzen. Und wieder ist es nur eine Eintoreführung. Das redet man nicht in Overtime, aber trotzdem nur ein Tor. Space Station wieder knapp, allerdings verdient gewonnen. Und damit gehen die Jungs 3 zu 0 in der Series entführen. Das bedeutet vier Matchballspiele für Space Station Gaming. Und vier Tabellenersten. Sollte das eine sehr, sehr machbare Aufgabe sein, die Series hier zuzumachen. In der Tat. Also wenn man jetzt Ghost Gaming vier Chancen hintereinander gibt, dann muss man sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Von daher, es ist Space Stations Party. Und Ghost Gaming hat einen großen, großen Berg vor sich, den sie langsam aber sicher mal anfangen müssen zumindest zu erklimmen. Sie kam ja sehr nah dran in den ersten beiden Partien. Da kam es auf die Overtime raus. Aber Space Station hat die härteren Nerven bewiesen. Ja, was wird Ghost Gaming tun müssen, um hier die Möglichkeit auf den Reverse Weep zu haben? Was denkst du? Mehr Tore schießen als Space Station? Jetzt haben sie bisher nicht geschafft. Nee, also Ghost Gaming spielt eigentlich relativ gut, finde ich. Also, Spiel auf Augenhöhe. Space Station konnte es halt bisher nur schaffen, immer einen Funken, mehr Tore zu schießen und sich irgendwie durchzudrängen. Ghost Gaming hatte natürlich im Spiel Nr. 2 einige defensiven Fehler. In Game Nr. 3 ist es schon besser geworden. Allerdings stehen sie sich immer weiter unter Druck von Space Station. Und sie müssen lernen, mit diesem Druck umzugehen. Sie müssen lernen, ihre Konter schneller und aggressiver zu fahren, um so daraus irgendwie Profit zu schlagen. Denn mit der Spielweise, wie sie sie gerade spielen, kommen sie zwar nah ran an Space Station, aber es reicht halt bisher nicht für den Sieg. Ja. Also, schauen wir, ob wir das gebacken kriegen. Vielleicht hören sie ja zu. Zusammen mit einem Dolmetscher. Bezweifelt es. Aber das wird es auf jeden Fall brauchen. Oh, da versucht Mist hier, den Faden durch das Nadelöhr zu führen. Schafft es nicht. Abballer von der Seite. Mann, Ghost Gaming macht hier Frühdruck in der ersten Spielminute. Mist, weiter Ball auf Illusion über die Decke. Mist nimmt den an. XP hat gut mitgespielt. Und das sind so ein bisschen dieselben Züge, die wir vorhin gegen die Sonics gesehen haben. Wo einfach dazwischen gegangen wird in die Aufbauspielversuche, in die Passwege. Da war das Ghost, die das den Sonics angetan haben. Diesmal müssen sie ein bisschen von ihrer eigenen Medizin schmecken. Space Station Gaming sehr, sehr konsequent in den Zweikämpfen. Spielen sehr gut mit, haben eine große, ein großes Maß an Spielpräsenz. Und da gilt es jetzt erstmal durchzukommen für Ghost Gaming. Es ist die ruhigste Partie dieser Serie bisher. Ja, aber eine nicht allzu aggressiv. Ghost Gaming mit mehr Spielanteilen. Und Space Station geht sie in der Defensive sehr ruhig an. Aber es passt ja auch. Süppikel, damit der Chance gegen Speckboard-Axp nochmal hinterher. Ja, erster aggressiverer Angriff von Space Station. Gefahren, allerdings absolut gefährlich war der auch nicht. Wir nähern uns jeder Halbzeit. Und weiterhin torlos. Winsch versucht gegen die Seitenwand. Nix wirklich draus gewonnen. Süppikel ohne Boost versucht den Ball über die linke Flanke rauszuspielen. Atomic kommt jetzt über die rechte. Was in die Mitte ist, rausgespielt wird. Aber früh abgefangen von Süppikel. So, jetzt Arsenal versucht auf den BAM von der Lucian zu gehen. Stört ihn und ermöglicht dadurch das Tor. Ja, wunderbar. Arsenal macht es da. Leistet die Vorarbeit. Gewinnt das Duell an der Wand. Geht dann auf den BAM. Bekommt ihn zwar nicht. Drängt ihn aber so weit ab, dass das Tor offen ist. Und Space Station Gaming führt wieder einmal. Ja, normalerweise an dieser Stelle würde man sagen, immer wenn dieses Team geführt hat, haben sie gewonnen. Aber da kommt Mist. Und gleich aus. Yes, AXB. Wollte den Ball da in die eigene Ecke klären. Da der eigentlich recht ungefähr liegt. Ander links wartet Atomic schon. Passt in die Mitte auf Mist. Und dieser versenkt die Kugel. Sehr, sehr schöner Ausgleich von Ghost Gaming. Also, weiterhin vermissen wir eine Führung über zwei Tore. Ghost macht es Space Station auf jeden Fall nicht einfach, aber eben auch nicht schwer. Sonst ständen sie hier nicht 3 zu 0 in der Serie. Atomic wird da von der Torlinie gebumpt. Schlattentreffer von Arsenal. Zipickel hält den Ball erstmal heiß. Jongliert ihn. Sehr viel Boost dafür verbraucht. Hatte er auch. Und wenn man hat, warum soll man da nicht benutzen? Arsenal gegen Atomic. Ball rüber auf die andere Spielfeldseite. Mist. Rüber auf AXB. Der nimmt sich die Zeit. Macht das Spiel langsam. Damit scheint Ghost Gaming so ein bisschen Probleme zu haben. Spacestation, die lassen Ghost Gaming hier nicht den Takt angeben. Ist es genau das, was sie gegen die Sonics und auch gegen Cloud9 so erfolgreich gemacht hat. Ja, Arsenal verbräte seinen ganzen Boost, um diesen Ball zu bekommen. Kann er da leider auch keinen Profit draus schlagen. Mist, nochmal mit dem weiten Clear. Arsenal früh gestört. Illusion, es geht hin und her. Wir spielen eine Runde Ping-Pong. Tomei direkt wieder zurück. Allerdings auch wieder ohne Anspielstation. Wir sehen viele Solo-Plays im Moment. Die Frage ist halt nur, ob einer von diesen zu einem Tor führt. Denn das nächste Tor gegen Ghost Gaming könnte fatal enden für die Jungs. Denn das wird wahrscheinlich die Series für Space Station sein. Jetzt müsste man... Oh! Kann sich durch das Zielfuss und das nicht drin! Das hätte das Tor sein müssen für Ghost Gaming! Wie macht man den nicht rein, wenn man Ghost Gaming ist? Mist, hat er das One-Day-One wunderschön gewonnen. Aber dann kommt nichts mehr! Er versucht es gut zu machen, aber der Block von Zipickel leutet hier die Overtime ein. Und Overtime, da freut sich eher Space Station darüber als Ghost. So sieht es aus, Space Station hat nämlich ordentlich wieder Druck. Und jetzt einmal wieder alles resettet, neuer Kick-Off. Und weiter geht die Partie. Allerdings Ghost Gaming wieder in der Offensive. So Pückel kann sich durchsetzen. Allusion geht zum Block. Oh, das wird gefährlich, das wird gefährlich! Oh! Zum Zweiten gehegen die Cross-Bong. Wir sehen die Regel Nummer 1. Allusion steht Front an Front mit seinem Gegner. Und das in der Overtime. Unfassbar. Manchmal sind Regeln dazu da, um gebrochen zu werden. Das ist kein guter Backboard-Clear! Knallt ihn an den Pfosten, aber dann findet er trotzdem seinen Weg in das Tor. Ghost Gaming gehen hier also nicht kampflos unter. Der AXB verfehlt den Backboard-Clear. Lässt ihn vor dem Tor droppen. Und das ist natürlich die Chance für Ghost Gaming das ganze Ding auszugleichen. Äh, das ist glaube ich hier. Einzutüten, reinzumachen. Und whatever. Auf jeden Fall, Ghost Gaming hat dieses Spiel gewonnen. Und äh, lässt sich nicht zu Null hier unterkriegen. Allerdings, Space Station bleiben weitere drei Matchball-Spiele. Aber Ghost Gaming darf nochmal ein wenig mitreden. Ja. Erster Matchball-Abgebärde, du hast ja erwähnt. Erster von vielen. Also man darf sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, bis man sie auch wirklich gepflückt hat. Auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Es wird auch ein bisschen was für's Selbstvertrauen tun. Gesundheit. Dankeschön. Man hat ja eine Overtime mal gewonnen. Und das ist gut, weil die bisherigen alle an Space Station. Und deswegen, joa, müssen einem jetzt auch nicht mehr die Knie schlottern, wenn man da Overtime auf dem Brett sieht. Weil man weiß, joa, es ist kein Auto-Win für Space Station. Jupp, allerdings Space Station immer noch kurz daran, das Ding zu closen. Übrigens eben wieder Overtime gewesen. Also, ähm, aus vier Spielen dreimal Overtime gesehen. Das hat natürlich, wie knapp das Ganze hier ist, wie umkämpft das Ganze hier ist. Und dass beide Teams hier eigentlich einen Sieg verdient hätten. Allerdings noch Space Station mit einer souveränen Führung. Die Frage ist, wie gehen sie mit der Situation um? Gewinnen kann hier nur einer. Und AXB, der will hier früh das erste Tor schießen. An die Latte. Und dann rausgehebelt. Guter Pinch von Arsenal. Wird aber nicht gefolgt. Atomic. Er spielt ihn ein bisschen zu weit nach vorne. Typical nimmt die Kontrolle an sich. Macht das Spiel wieder langsam. Und das sieht man sehr, sehr oft, wenn Ghost Gaming den Ball nach vorne spielt. Und er in den Händen von Space Station landet. Dann machen die das Spiel langsam. Und dann ist es gefühlt so, als wüsste Ghost nicht mehr. Okay, sie haben das langsam gemacht. Was machen wir jetzt? Machen wir Druck? Rotieren wir zurück? Wie gehen wir mit der Situation um? Ja, Fragen über Fragen. Und ihr wisst halt nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. XB hoch, kriegt ihn gegen das Backboard. Oh, der ist drin. 1 zu 0, Space Station geht wieder in Führung. Und auch da wieder Ball von Ghost Gaming gecleared. Space Station macht es langsam genau bis zu dem Moment, wo sie es dann plötzlich schnell machen und erwischen quasi Ghost Gaming mit heruntergezogener Hose. Eine Minute, ein Tor für Space Station. Unangenehm für Ghost Gaming. Aber so ist das Leben nun mal. Atomic behaupten, den Ball behaupten. Das Bügel kommt zwar dran, allerdings weiterhin Ghost Gaming im Angriff. Allusion noch mal zu Atomic rüber. Arsenal stoppt das Ganze. Oh, das wird fällig. Will hier mal Profit ausstellen. Spiel den extra langsam. Das hätte auch fast funktioniert, allerdings gut aufgepasst von Ghost Gaming. Oh, schöner Pass auf Arsenal. Leicht überschossen. Oder Arsenal nicht schnell genug oben. Egal, wie man es sieht. Er hat seinen Abnehmer nicht gefunden. Arsenal jetzt rüber auf AXB. An's Backboard. Rausgecleared von Mist. Schnell und hoch. Rausgespielt. An die Rampe an der Decke. Und er kommt direkt vom Kasten runter. Ja, wunderbar. Ich liebe ein Subbückel. Der ist ganz gefährlich. AXB jagt einen Keeper raus. Aber Mist. Dreht er seine Runden im eigenen Tor. Geht nicht früh genug an den Ball heran. Und dadurch bekommt Subbückel die Chance, hier das Tor zu machen. Und die nutzt er natürlich. Wunderschön. Space Station jetzt also mit, ja, tatsächlich der ersten Führung, die über mehr als ein Tor geht. In der gesamten Serie. Und in einer Position, wo ein weiteres Spiel den Einzug ins Finale bedeutet, ist das natürlich eine wunderschöne Position. Arsenal versucht sich da durchzusetzen. Ja, Schuss geht drüber von Subbückel. Hat dafür sein Leben gegeben. Arsenal sucht hier Subbückel. Der verlängert. Spiel wird schnell gemacht von Space Station. Das ist ungewohnt. Aber es scheint gut zu funktionieren. Weil sie haben jetzt, wie gesagt, das erste Mal eine Zweitore Führung. Ghost Gaming lässt sich gerade so ein bisschen ausspielen. Versucht ihn darüber zu lupfen. Arsenal kommt mit der Ecke gerade noch so ran. Versucht jetzt hier Lucian aus dem Tor raus zu jagen. Der lässt sich davon nicht allzu sehr beeindrucken. Aber die offensiven Schwerpunkte liegen definitiv gerade bei Space Station Gaming. Ja, so sieht es aus. Aber Ghost Gaming braucht hier unbedingt noch zwei Tore. Hat natürlich noch zwei Minuten Zeit. Allerdings tickt die Uhr gegen sie. Lucian ohne Boost kann er nicht den Ball überhaupt nicht so drauf und Bump. Allerdings für Arsenal kein Problem, das Ding hier zu clearen. Space Station wieder im Angriff. Jagt den Ball wieder nach vorne. Klaut wieder Zeit von der Uhr. Und das wird immer unangenehmer für Ghost Gaming. Ja, absolut. Und Space Station Gaming, die schaffen es hier wirklich, die Spielgeschwindigkeit quasi wie am Hebel zu kontrollieren. Und Ghost Gaming bleibt keine andere Wahl, als sich danach zu richten, weil sie nicht den Impetus und nicht die Öffnungen finden, um selber mal ein Fingerchen an den Hebel setzen zu können. Dann lässt Atomic da an sich reinfahren, blockt ihn, weil wieder rüber in der blauen Hälfte. Und die Zeit, du hast es erwähnt, sie sieht nicht gut aus für Ghost Gaming. Es fehlen immer noch zwei Tore. Aus der Null muss eine Zwei werden. Aber bevor sie das tun kann, muss da erstmal eine Eins draus werden. Und da aus der Uhr langsam eine Null wird, ist das keine gute Situation. Und Space Station macht aus der Zwei eine Drei. Was ein Ding für Arsenal. 90 Meilen pro Stunde, das ist ein schnelles Gerät. Superkill mit dem Pass runter, Arsenal lasert ihn ins gegnerische Tor. Tommi keine Chance, ihn zu saven. Und das müsste der Deckel gewesen sein. Das wird der Deckel gewesen sein. Es ist nicht mehr viel Zeit da für Ghost Gaming. Es ist eine Drei-Tore-Führung aufzuholen. Es muss das Wunder von Urban Central her. Aber das sehen wir vermutlich am heutigen Tage nicht mehr. Denn die Offensive ist immer noch von Space Station Gaming dirigiert. Und von Ghost haben wir in diesem Spiel Nummer 5 so gut wie gar nichts gesehen. Da ist noch einer abgewehrt von Mist. Eine Vier-Tore-Führung wird es diesmal nicht. Aber die letzten Sekunden ticken runter und damit ist es amtlich. Klappe zu, Affe unangenehm. Space Station Gaming zieht ein ins Finale. Und dort werden sie treffen auf...